Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Wer mit einem Brett vor dem Kopf durch das Leben geht, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er über Steine stolpert. Die heutige Aktuelle Stunde trägt den Titel Erinnerungskultur in Deutschland angesichts rechtsextremistischer Angriffe. Auslöser für die Debatte waren jedoch die jüngsten Äußerungen des AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon, der kürzlich das Ende der äußerst erfolgreichen Stolpersteinaktion forderte, da diese, Zitat, den Menschen eine bestimmte Erinnerungskultur aufzwinge. Mit seiner Meinung befindet er sich in seiner Partei offensichtlich in bester Gesellschaft. Denn bereits im letzten Jahr forderte Björn Höcke das Ende, ich zitiere erneut, lächerlichen Bewältigungspolitik. Das ist Zitat. Zu dieser Form der Bewältigungspolitik, werte Kolleginnen von der AfD, gehört offensichtlich auch die Gedenkstunde im Deutschen Bundestag zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee Fraktion. Durch die Rote Armee. Hören Sie zu! Hören Sie zu! Denn der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Hansjörg Müller, äußerte sich an diesem Dienstag im Spiegelinterview wie folgt. Und, ich zitiere erneut, ich habe mit dieser Art Gedenken ein Problem, weil sie nicht aufrichtig, weil es aufgesetzt ist und weil es heuchlerisch ist. Das hören wir aus Ihrer Fraktion. Meine Damen und Herren, mit solchen Äußerungen zeigt die AfD, dass sie weder über ausreichend Erinnerung noch über genügend Kultur verfügt, um einer ernsthaften Debatte über unsere Geschichte teilnehmen zu können. Man kann daher nur hoffen, dass diese Partei nach 2021 selbst ein Teil der Erinnerungskultur sein wird. Wir als CDU-Fraktion verurteilen jede Form von Geschichtsverklärung und Verharmlosen von politischem Extremismus. Der Umgang mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus ist eine Verantwortung, die wir alle Parlamentarier gemeinsam tragen sollten. Ich kann daher nicht verstehen, warum sich ausgerechnet die Kolleginnen und Kollegen der Linken kürzlich bei der Einsetzung des Antisemitismusbeauftragten hier im Deutschen Bundestag enthalten haben. Sie hätten hier die Chance gehabt, ein überparteiliches Signal gegen Antisemitismus zu setzen. Aber die haben Sie nicht genutzt. Mit Ihren Abstimmungsverhalten haben Sie gezeigt, dass Ihnen innerparteiliches Klein-Klein offenbar wichtiger ist, als gegen Antisemitismus vorzugehen. Apropos Linkspartei. Als ostdeutscher Abgeordneter denkt man beim Thema Erinnerungskultur zwangsläufig immer auch an 40 Jahre SED-Diktatur, an über 200.000 politische Häftlinge der DDR sowie an die unzähligen Toten an der innerdeutschen Grenze. Wer über Demokratie und Erinnerungskultur in Deutschland spricht, der muss immer über zwei deutsche Diktaturen sprechen. Eine Verkürzung auf dem Rechtsextremismus wird dieser Debatte im Übrigen auch nicht gerecht. Denn laut den jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatten wir im letzten Jahr mehr linksextreme Gewalttaten als rechtsextreme. Gewalttaten. Lesen Sie es nach. Es muss daher unser aller Ziel sein, gemeinsam gegen Hetze und gegen jede Form von Extremismus zu kämpfen. Die Bundesregierung unterstützt diesen Kampf mit zahlreichen Programmen wie Vielfalt tut gut, Toleranz fördern, Kompetenz stärken oder die Initiative Demokratie stärken. Für uns als CDU und CSU-Fraktion ist klar, dass solche Programme nicht dazu missbraucht werden dürfen, um antidemokratische Geprobierungen zu finanzieren. Aus diesem Grund haben wir 2011 die sogenannte Extremismusklausel eingeführt. Darin mussten sich Personen und Organisationen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und zusichern, dass sie nicht mit antidemokratischen Kräften kooperieren. An sich eine Selbstverständlichkeit und offenbar nichts, aber offenbar nicht für Ex-Familienministerin Schwesig. Denn aufgrund ihrer Initiative wurde diese Klausel 2014 wieder abgeschafft. Liebe Genossinnen und Genossen der SPD, ist die Unterstützung von Linksextremisten wirklich so unverzichtbar für ihre politische Präventionsarbeit? Ich wünsche mir, dass die künftigen Debatten zur deutschen Erinnerungskultur weder ideologisch noch einseitig verkürzt geführt werden. Denn nur so kann man Geschichte authentisch vermitteln und Extremismus den Nerven entziehen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bernstiel. Selbstverständlich ist es jedem erlaubt, bei seiner ersten Parlamentsrede wegen der emotionalen Anspannung auch mal einen Versprecher loszuwerden, ohne dass daraus etwas Nachteilig zufolgt werden sollte. Als nächste Rednerin, die Kollegin Susann Rütherich von der SPD.